Ge- Panda, Panda, Panda Ge- Ge- I got braved in the landin' Hey! Do the body in the family Pretty cold in the scams Woo! Here ain't no licks in the family Legacies, family Sie kommen Zu Sivitz, äh, Was-Video-V2 Nämlich hatten wir hier sein Sehr, sehr, sehr freundlicher User Was, ähm, jetzt zeigt Er hat nämlich gesagt Bei Sekunde 35 Hat der Gegner Ähm, ich lass mal abspielen Hier, ein Sein Name ist weiter oben Warum ist sein Name oben? Weil er einen Levy-Mood-Hut hat Ähm, ich bin jetzt hier mal wieder auf Gomme Ich bin hier einmal mit, ähm, Let's Shit Minecraft Äh, mit Let's Shit, ähm Levy-Mood online Und sehe den Hut Und ich sehe, dass der Hut Halt hier oben ist Ich sehe ihn ganz normal Ich bin jetzt, ähm, hier nochmal mit Levy-Mood online gekommen Und es ist genau, es ist genau gleich wie bei ihm Also, es sieht genau gleich aus Also er kann jetzt nicht sagen Er hat nämlich die Levy-Cosmetics aus Weil, wenn ich hier die Levy-Cosmetics ausmache Springt das Name Tag zurück Es wird halt normal gemacht Und man sieht eindeutig, dass der Name weit oben ist Heißt, er muss mit, äh, mit einem Levy-Invest gespielt haben Also, äh, nach diesem Beweis sollte jetzt mal, denke ich mal Jeder seine Augen öffnen Und, ähm Ja Es ist der 100% eindeutige Beweis Ähm, er kann, ich finde, er kann nichts mehr dagegen machen Außer es endlich mal zuzugeben Und ja Ähm, und nein Ich werde übrigens nicht gebannt, weil ich hier mit Gomme Äh, mit einem Hecklein-Spiel Äh, ich würde es einfach nur Wollte es nur einfach zeigen Also braucht ihr gar nicht hoffen, dass ich dafür gebannt werde Und ja Ich hoffe, dass jetzt der endgültige, 100%-ige Beweis das erheckt Und, äh, haut rein Und viel Spaß